Der kürzliche Streich der Landwirte in der Region Hamburg wird trotz einer langen Geschichte von Druck und Problemen in der Landwirtschaft als ein bedeutender Wendepunkt in der Geschichte dieses Berufs betrachtet. Diese Proteste sind aufgrund einer gewissen Unfähigkeit in den Politiken und Massnahmen der Regierung im Bereich der Landwirtschaft entstanden. Der Streik begann als kollektiver Protest gegen die gegenwärtige Lage der Landwirtschaft und ihre wirtschaftlichen Bedenken. Der als eine bedeutende und symbolische Massnahme weist auf Probleme wie Einkommensrückgang der Landwirte, steigende Kosten und Unzufriedenheit mit den Regierungspolitiken hin. Die Hamburger Landwirte haben in diesen Streiks neben der Betonung finanzieller Angelegenheiten verschiedene Aspekte ihrer Probleme angesprochen. Dazu gehören die Reduzierung staatlicher finanzieller Unterstützung, die Erhöhung der Produktionskosten und die Vernachlässigung umweltbezogener Anliegen. Diese Proteste repräsentieren die breiten Ansichten der Landwirte und profitieren von einer breiten Beteiligung ländlicher Gemeinschaften. Diese Proteste haben stark die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt und zu einer ernsthaften Prüfung einer Mischung aus Politik und wirtschaftlichem Kontext geführt. Die protestierenden Landwirte sind mit den jüngsten Regierungsentscheidungen zur finanziellen Unterstützung der Landwirtschaft unzufrieden und betrachten diese Proteste als eine Gelegenheit, ihre Bedürfnisse zu verkünden und ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern. Die Proteste sind weit mehr als nur ein Protest gegen die wirtschaftliche Lage. Sie gelten als eine Gelegenheit vor umfassendere Interaktionen mit Regierungsvertretern und lokalen Wirtschaftsakteuren. Die protestierenden Landwirte betonen die Notwendigkeit ernsthafter Reformen in den unterstützenden Agrarpolitiken und die Beachtung ihrer Umweltbedürfnisse. Insgesamt sind diese Streiks nicht nur ein Ausdruck der Unzufriedenheit mit den aktuellen Bedingungen in der Landwirtschaft, sondern stellen auch eine ernsthafte Herausforderung für die Politik und Entscheidungen der Regierung in diesem Bereich dar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017